Hi, ist wieder euer Micha. Ja, ich habe mir heute gedacht, dass ich mal wieder ein bisschen wandern gehe und ich bin hier am Rande von Bad Münder, oben am Wald. Ich möchte gerne in den Ziegenbogen hochgehen und vielleicht habe ich Lust mitzugehen. Da gehe ich jetzt hin. Bis gleich! Hi, geradeaus ist das schöne Restaurant. Ist sehr zu empfehlen. Ich möchte aber hier hochgehen, nicht direkt in die Gruppe. Einfach mal oben in den Wald rein und eventuell von oben runter schauen. Das wäre nicht schlecht. Wie gesagt, hier ist immer so einige Schilder, Funktionen des Waldes, die man sich vielleicht mal anschauen sollte, bevor man reingeht. Ich gehe jetzt mal kurz hoch. So, hier stehe ich jetzt am Rundweg. Hier ist auch Kölnisch Feld, 4,5 Kilometer. Da ist der Kammweg, Annaturm, Nordmannsturm. Oh, der ist sogar 11,5 Kilometer weit. Naja, da möchte ich jetzt aber nicht hin. Ich habe jetzt auch nicht ganz so viel Zeit. Ich möchte einfach da hinten zu der Lichtung gehen. Geradeaus hoch und möchte da oben runter schauen, bis ich dann wieder rumkehre. Aber, wie gesagt, es ist sehr schön hier und man sollte Spaß haben. Ich bin hier oben jetzt ein bisschen angekommen. Es war noch nicht allzu weit. Es geht noch etwas höher, aber ganz in den Wald hinein möchte ich jetzt nicht. So viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie wunderschön Springe und Umgebung ist. Ich kann das einfach nur empfehlen. Ich hole das Ganze mal ein bisschen ran. Springe und Umgebung ist einer der schönsten Plätze der Welt für mich. Hier sollte man herkommen, hier sollte man Spaß haben. Ja, ich gehe da noch mal kurz runter und vielleicht kann ich auch noch einen Teil zeigen. Okay, bis gleich. Schaut euch das hier an. Hier ist es unwahrscheinlich windig im Moment, aber das ist ein Ausblick und ich bin hier noch nicht mal weit oben. Hier müsst ihr herkommen, hier müsst ihr Spaß haben. Springe und Umgebung ist einfach nur wunderschön. Hier ist Kultur, hier ist Geschichte. Habt Spaß und kommt her. So, ich bin hier jetzt unterhalb und ich wollte euch noch mal kurz die Umgebung zeigen. Hier muss ich jetzt gleich wieder runter. Es ist einfach wunderschön hier. Hier sollte man herkommen, hier sollte man Spaß haben. Springung und Umgebung ist einfach nur wunderschön. Das ist etwas windig hier, aber ich hoffe ihr versteht mich. Einfach nur klasse. Das müsst ihr euch anschauen und Spaß haben. Okay, da gehe ich wieder runter. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Ciao, euer Micha. Und da gehe ich wieder runter. Auf, auf geht's doch. Und da. Und da. Vielen Dank.